Moin moin und willkommen wieder bei einem weiteren Video auf diesem wunderschönen, wunderbaren Kanal. Und ich habe immer noch Lootboxen auszupacken. Und ich habe hier sogar noch eine liegen, die ich auspacken möchte. Aber heute packen wir erstmal die Lootbox aus. Ich komme nie dazu, die auszupacken. Ich versuche es, aber ich komme nie dazu. Und jetzt komme ich dazu. Und hallo. Und heute in der Episode. Mori packen die Lootbox aus. Lootbox vom September. Temba, temba, temba. Oh, magische Lootbox, was enthältst du? Okay, sorry, Alter. Das fällt mir alles raus. Das fällt mir alles entgegen. Hier steht schon mal das. Das Wut. Das Wut. Ne, von Notebook oder so. Auf das Heft gehe ich später ein. Ich möchte mich ja noch nicht spoilern, was denn drin ist. Das ist für mich ja auch immer eine Überraschung. So, wir fangen an. Und das Erste, was ich sehe, sind offizielle Essstäbchen von Street Fighter. Also Capcom Street Fighter Essstäbchen. Und das, meine Freunde, ist, das ist cool, ja. Ich bin ein Mensch. Ich kann mit Stäbchen essen. Allgemein kann ich gut essen. Das sieht man mir an. Und was wäre eine Lootbox ohne eine Popfigur? Und da ist natürlich wieder eine Popfigur drinne. Ich liebe Popfiguren. Schickt mir nur noch Popfiguren von Lords of the Wing. Und zwar ist hier der liebe Sauron. Der böse Sauron ist in dieser wunderbaren, wunderbaren Lootbox vertreten. Dann ist hier ein Flut der Karibik, äh, Woodbox kleines Täschchen drinne. Und in diesem Täschchen befindet sich eine Münze. Und zwar diese Münze. Und da ist natürlich wieder ein Pin dabei. Denn das Thema war Bad Boys, Bad Boys. Oder Bad Guys eher gesagt. Und das T-Shirt. Wir haben dort ein T-Shirt. Und zwar dieses T-Shirt. Von Vegeta. Aus Dragon Ball Z. Ne? Ist schon cool, oder? Ist schon cool. Und das war in der tollen Lootbox alles drinne. In der süßen kleinen Lootbox. Die Essstäbchen, die Popfigur und das T-Shirt haben mir gefallen. Hat sich schon für mich gelohnt. Das sind super, super tolle Dinge. So. Schlagen wir nochmal nach. Dort war natürlich für 15 Euro die Popfigur drinne. Von Sauron. Das offizielle Dragon Ball Z-T-Shirt für 20 Euro. Und dann von Pirates of the Caribbean, ne? Wood der Karibik Münze offiziell und exklusiv. Ne? Exklusiv, ja? Für Woodbox Exclusive im Wert von 6 Euro die Münze. Und die Essstäbchen im Wert von 8 Euro von Street Fighter Capcom. Dann natürlich der wunderbare, wunderbare Pin. Der Pin. Und dann steht auch schon Vorschau auf die nächste Box, ne? Achtung, Spoiler. Haha. Der Joker. Was könnte dann die nächste Box sein? Bösewichte? Aber das war doch auch schon Bad Guy. Auf jeden Fall war das wieder ein klasse Unboxing, oder? Und wir sehen uns bei einem anderen und nächsten Unboxing wieder. Dann wahrscheinlich wieder mit einer weiteren Lootbox. Äh. Bis dann. Bis dann. ட någon Sprach. caesungen, bäinan, 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 bäinan. Bäinan Musik Bis zum nächsten Mal.